Kurumi? Alter, die ist aber abgehauen. Das ist aber sehr beunruhigend. Na toll, jetzt bin ich allein hier. Das ist so, als wäre sie von selber weggelaufen. Ich würde es nicht mehr so sagen. Ich glaube, ich würde es nicht mehr so sagen. Ich glaube, ich würde es nicht mehr so sagen. Dann bin ich wirklich zuerst. Dann bin ich zuerst. Dann bin ich zuerst. Die Leute, hier bereiten mir nur Probleme. Kurumi-chan, woher ich bin? Ich mache mir Sorgen. Ich hoffe, ihr ist nichts passiert. W-würgen? Was ist das? Was ist ihre Kleidung da drüben? Das ist doch lächerlich. Was denn? Was willst du denn unternehmen? Die ersten, die da gemütlich. Kannst du draufspucken? Schöpah! So, da rüber. Der steht da. Und da unten muss ich hin. Okay, dann gehen wir erstmal hier. Weil hier ist was. Ah ja, da gucke mal. Drücken wir den. Ja, wie schnell essen die denn? Das kann doch niemals real sein, oder? Schau dir an. Die sind ja alles nur noch Knochen da hinten. Das kann er ja gar nicht. Bist du sicher, dass du Zeit hast, diesen Weg zu gehen? Du hast recht, Shinigami lieber nicht. Das ist die Ausgangstüre. Ja, ja, ja. Ohohoho. Ähm. Da drüben feiern sie. Sehr cool. Da hinten ist nichts nämlich an. Ja, ja, ja. Das ist das Knochen? Achso, nein, das ist Vivias Kleidung. Achso, ich dachte, das ist Kurumis Kleidung. Das habe ich von weitem nicht gesehen. Und ich war schon so, Alter, wie schnell essen sie wirklich? Die ganze Kleidung essen sie, so... Das ganze Fleisch essen sie, so fünf Sekunden. Na gut, wir haben eine Viertelstunde uns unterhalten, aber trotzdem. So... So... Das wird langsam lächerlich. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie tot sind, bis ich wirklich... Einen ernsthaften Beweis sehe, weil das hier... Das war natürlich praktisch. Aha. Okay. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Was? Okay. Sind alle Menschen im Kanalbezirk-Homunculi? Sie erben sie? Ja, Mann, nicht gerade. Das war Myx-Homunculi. Sie sehen uns aus, und du hast in der Gedanken zu sich, oder? Das war der Genüse. Das war der Hauptschluss, das alles. Doch die Gedämpden wurden empfohlen. Das war der Gedämpden, der Gedämpden wurde. Aber ich glaube nicht, dass das Gedämpden hat in meinem Gedämpden, aber ich glaube nicht. ... Aber nicht jeder... Das Blut. Ah, siehste. Wahrscheinlich ist er blutgrün oder so. Ätzende Säure. Oh, da steht wer hinten. Da steht jemand oben drauf. Yuma. Yuma. Hinter dir. Das ist kein Witz. Ich weiß, die Leute sagen immer, hey, dreh dich bloß nicht dumm, aber... Alter, dreh dich bloß nicht dumm. Das sieht aus wie unser Chef. Da ist die Party im Steigen immer noch. Warte, ich muss mir nochmal die Überreste anschauen, wenn er was sagt. Wer kann nicht sterben? Das glaube ich nicht. Wenn er seinen eigenen Tod vorgeschaut hat, werde ich ihm das nie verzeihen. Was lustig ist, er will... Er wollte ja immer sterben. Jetzt hat er seinen Wunsch. Die Silhouette ist das. Guck dir die mal an. Hallo. Hier kann ich durchschauen. China, anhand der Präzision dieser Fleischbrötchenproduktion könnte der Mensch seine Uhr stellen. Hast du dich schon einmal gefragt, woher die Zutaten für die Fleischbrötchen kommen? Vielleicht liefert sie ja jemand regelmäßig. Yeah, Punkte bekommen. Apropos, ich muss die eigentlich eher einsetzen in die Fähigkeitpunkte. Das ist nicht so, was ich weiß, aber ich fühle mich an. Was ist da drüben? Was ruft dich? Was ist da drüben? Gepäckhaufen. Die Lieferungen an die Fabrik stapeln sich. Alles ist mit Staub bedeckt. Alles ist mit Staub bedeckt. Also müssen sie vor einiger Zeit hier abgestellt worden sein. Uh, der Rang ist hoch. Hieß noch was? Sieht aus, als wären die Mülleimer alle leer. Wie auch immer hier das Sagen hat, war beim Aufräumen so schlecht, dass er all diese Kisten rumstehen ließ. Was war das denn jetzt bitte? Was? Sieht aus, als wären die Mülleimer alle leer. Welche Mülleimer? Meinst du die Boxen hier? Sieht aus, als wären diese Kisten alle leer? Oder was? Welche Mülleimer? Was? Was? Hä? Vielleicht bin ich einfach zu blöd und check das gerade nicht, aber also ich gehe auf jeden Fall mal jetzt in die Fähigkeiten. So, ich habe jetzt alles bis auf das da und dafür habe ich nicht genug. Ich brauche ich möchte noch zwei FPS, also zwei Fähigkeitenpunkte, dann könnte ich das hier auch freischalten, aber ansonsten habe ich alles. Yeah! Also gut. Vielleicht. Wer? Sieht aus, als wäre es ein Freund? Vielleicht nicht. Nein, 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 nein! Nein, nein! Ich habe auch noch einen Freund. Ich bin ein Freund. Wahrscheinlich, dass ich's für sie hier rauskomme. Such nach ihnen. Wenn das Licht an ist, muss der Rest dieses Ortes auch fließenden Strom haben. Wenn das Licht an ist, muss der Rest des Ortes... Oh, eigentlich schon. Irgendwo muss das ja herkommen. Es scheint, es würde hier niemand wohnen. Also warum ist der Strom noch an? Was ist das denn, bitte? Als ob da irgendwann ein riesiges Ding durchgebrochen wäre. Na, immerhin müssen wir die Tür da drüben nicht benutzen und uns fragen, wie wir reinkommen. Nichts. Okay. Gut, gehen wir in das dunkle schwarze Loch. Wie meine Mutter immer so schön zu sagen pflegte. Ah, ja. Blutrot ist es hier drinnen, ah, noch. Ich hab das Gefühl... Na ja, selbst wenn. Als ob wir irgendwo anders groß hin könnten. Ja, und wie wir wissen, ist ja mein Glück immer sehr... Nun, äh, gespalten trifft es wohl. Ich kann nicht schneller gehen, übrigens. Das ist... Oh Gott. Hast du mich erschreckt, alter Mann. Ich geh einfach mal weiter. Ciao. Ja, das ist jetzt bald. Ja, sie. Ja, wird ausfallen. Ja, das ist ein Schandfleck. Ja, wie so manch andere. Ganz komisch, dass manche so sind, manche so. Inwiefern war es ein Fehlschlag, so... Deswegen war er so, okay, ich möchte schneller daran forschen. Das hat wohl einige Menschenleben gekostet. Wobei, vielleicht war das davor auch schon so. Nein, Sir, niemals. Ich doch nicht. Pff, wasser, Alter. Wolle, wolle. Und dann ist irgendwas richtig schiefgegangen. Wie war das, was war das? Natürlich. Er war so, Adoi. Äh... Uh-huh. Uh-huh. Okay. What are you talking about? Uh... Oh-huh, oh-huh, oh- Huh. Oh-oh, oh! Herr bricht ab! Diese weiße Woche. Haben da alle gekokst, oder? Drei Jahre. Hm. Das wird sicher ein schöner Anblick. Huch, okay. Geht er von alleine. Ach so, okay. Eine kleine Zusammenfassung. Also. Ihr fangt an. Und ich folge euch, ja? Ja. Ja, also die Vereinigte Regierung hat sowohl selber geforscht, als auch eine externe Firma beauftragt, der Matarazzo Corporation. Und danach wurde es abgebrochen, oder wie war das? Oder ging es da noch weiter? Abgefuckter Bezirk. Ganz ehrlich, wer will denn hier wohnen? Ich meine, die meisten Leute wollen wahrscheinlich eh entkommen. Wow. Ui. Ai, ai. Da ist schon wieder was durchgebrochen. Ist da der Hulk durchgerannt, oder? Was ist das denn jetzt? Ist ja auch ganz zerstört, oder? Sieht aus wie ein Riesenrad, das am Boden liegt. Oh. Oh. Must have been the wind. Ah, natürlich. Ah, you're awake. Ai, ai, ai. Das sind, das sind Sitze da drin. Virtual Reality. Was geht denn hier ab? Das sind die Eggs. Aus, aus, aus. Detektiv Conan, dem sechsten Film. Da sind sie auch in so Eiern drin. Ha? Ich habe schon lange keinen Himmel mehr ohne Regenwolken gesehen. Das ist alles so merkwürdig. Wow, schau dir die Menge an Stufen da hinten an. Alter. Vor allem das Licht, wie gesagt, funktioniert auch noch. Oh mein Gott, sind wir in der Matrix? Ist das alles hier nur... Nur alles... Na? Eine Illusion? Oh. Oh. Irgendwelche Kapseln, wo Leute da drin sitzen könnten? Irgendwelche Kapseln, wo Leute da drin sitzen könnten? Ah. Wow. Das da kann ich untersuchen. Oh, was steht denn da drüben? Meine Art Kontrollgerät? Scheint, als ob diese Konsole die Maschinen auf der anderen Seite des Fensters steuert. Welche, welche? Hm. Keine, der Maschinen tut, weiß. Nun, es ist ein verlassenes Labor. Gruselige Maschine. Ich kann durch das Fenster eine riesige, unheimliche Maschine sehen. Wird sie für die Forschung verwendet? Dabei bekomme ich Gänsehaut. Bleiben wir weg davon. Etto. Da ist ein Hinweis auf der Steuereinheit, die besagt, dass keine der Maschinen in Betrieb ist. Okay. Okay. Ja. Er hört sich an wie die Number One von der Stimme her, aber vielleicht billige ich es mir auch noch ein. Nein, ich glaube nicht. Ja, ich glaube, das ist der andere, der uns ruft. Nein. Sie sollten sich vielleicht mal ein bisschen putzen als ehemaliger CEO. Das ist ja ... unflätig, wie sie rumrennen. Oh, okay. Wine. Nein. Ich will auf jeden Fall. Ich will das. Ich will das. Ich will das. Gut. Das ist das. Ich will das. Ich will nichts mehr sagen. Ich will das. Ich will das. Ich will das. Ich will das. Das sind die Hormonkoli oder einfach nur Zombies. Ich komme nicht mehr ganz mit. Das sind ziemlich ... komplex. Na toll. Ja. Scheiße. Ich will das. Ich will das. Ah. Mhm. Okay. Ich will das. Ich will das. Ja. Ich will das. Kein Wunder, dass der Kanalbezirk das nicht wollte und sich dann in so ein Gebiet verwandelt hat, wo niemand mehr rein und raus kann. Ja, weil er die Stadt so sehr liebt, wie er immer sagt. Kein Wunder, dass er CEO geworden ist, wenn er das verhindert hat. Die Leute waren wahrscheinlich voll aus dem Häuschen. Und das hat er irgendwie geschafft? Nein, das war nicht so. Aber wir waren nicht so, dass wir uns nicht so lieben, dass wir uns nicht verhindert haben. Und dann hat er nur ein Wort gesagt, dass wir uns nicht verhindert haben. Nur ein Wort? Ich will in der Raum, 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 in der Raum. Ich weiß nicht, wie die Partys gettet ist. Ja, die Schwestern, die in jedem Spiel der Chess verabschieden sind. Die Raum, die es verabschiedet hat. Wahrscheinlich... Die Informationen über die Daten der Komun-Kurse, habe ich zuerst verabschieden, was ich zuerst verabschieden. Ich weiß nicht, was ich über das Thema verabschiedet habe, was ich nicht gehört? Aha, okay. Also, okay. Ah, verdächtig. Hört sich ja auch fast wie ein abgekartetes Spiel an, aber... Ähm... Warum er das wollte, frage ich mich aber. Er ist erst vor drei Jahren in die Stadt gekommen. Hat er sie vorher gekannt? Was dann im Kanalbezirk hat der Makoto so geil gemacht, dass er war, ja, ich möchte ihn retten. Oder ist das alles nur... Na, wie schön für sie. Ja, aber... Das ist aber halt auch nicht so gut, wenn ein ganzer Bezirk, eine ganze Stadt unter dem Einfluss oder der Macht von einem einzigen Unternehmen steht. Es sollte ja niemand das Monopol auf irgendwas haben. Also es gab ja diese Riesenmassenentführung, nicht wahr? Und vielleicht haben sie diese Leute entführt und sie halt hier benutzt, bei diesen ganzen, ich meine bei den ganzen Kapseln da draußen, oder? Und vielleicht ist jemand, den der Makoto liebt, da einführt worden. Und das hat er herausgefunden und dann hat er jahrelang halt, oder wie lange auch immer, darauf hingearbeitet, dass er die Kontrolle übernehmen kann über das, damit er diese Forschung einstellen kann, weil er jemanden dadurch verloren hat, oder... Keine Ahnung. Und trotzdem steht er hier vor uns. Es ist äußerst bizarr. Vermutlich, ja. Da schon wieder. Ich glaube, wir werden langsam verrückt. Na gut, ich muss gehen. Wenn du Makoto siehst, sag ihm, dass ich das nächste Mal den Wein mitbringe. Boah, ein Schlückchen in Ehren darf niemand verwehren, selbst mit einem Untoten, nicht wahr? Höflichkeit muss immer sein. Guck, da kommen wir nicht lang. Da ist es so, dass die Musik von der Kirche liegt, oder? Sie schwebt genau da, wo wir gerade gehen. Wir haben einen neuen Kopf bekommen, sehr geil. Kann ich hier... Nein, ich kann nicht auf Erd rücken. Ah, wir können uns das da anschauen. Gruselige Maschine. Wenn Mensch genauer hinschaut, stehen einige kapselartige Dinge auf dieser Maschine. Widerlich. Die sehen ein bisschen aus wie Insekteneier. Ich will hier nicht sein. Wer will das schon? Ich weiß, das nicht. Ich dachte, er redet jetzt irgendwer anderes. Und ich war schon so, was? Das hat mich jetzt furchtbar erschreckt. Ich war gerade so verwirrt und habe mich die ganze Zeit umgeschaut. Wo ist denn jemand? Ich dachte, der Makoto steht auf einmal da. Und ich bin so, wie kommt der jetzt daher? Alter, du kannst es doch nicht machen, Shinigami. Oh, jetzt bin ich so lang rumgestanden. Das ist doch eindeutig, der Chef. Schau dir die Schuhe an. Die Haltung würde ich überall erkennen. Und wenn man so setzt, schau dir die Mose beauf. Hmm... Ich bin Yuma... Sie wissen es? Um... Ich bin... Okay. Ich glaube, er hat erledigt, was er erledigen musste. Ich mag ihn nicht zu sehen. Ich weiß nicht, dass er. Ich bin erledigt, Herr Yako. Ich danke dir wirklich, Herr Yako. Ich bin erledigt. Ich bin erledigt. Ich bin erledigt. Amen.